hallo ihr lieben kreativen herzlich willkommen zurück auf meinem kanal heute habe ich für euch einen kleinen kreativ bunt haul und was ich geshoppt habe zeige ich jetzt in dem video und ich wünsche euch viel spaß dabei als allererstes möchte ich euch zwei kollektionen zeigen von stamparia ich habe mir einmal die cosmos kollektion mir gekauft die werden wir uns einmal zusammen anschauen und so sieht die kollektion aus also es ist so auf ja sternen bilder und so ein bisschen aufgebaut bisschen bisschen mystisch und so sehen die ersten papiere aus ich fand die kollektion wirklich richtig hübsch ich habe die gesehen als die scrap queen glaube ich war es daraus ein mini album gewerkelt hat und ich war hin und weg deswegen musste ich die auch kaufen und was ich wirklich ultra cool fand ist nämlich diese eule hier die kommt immer wieder mal vor und sie hat sogar ein ganz ganz großes motiv papier das was ich auch richtig cool finde und zwar dieses hier ihr wisst ja ich liebe eulen deswegen musste die dann schon allein wegen der eule mit und natürlich weil ich die farbkombination richtig schön fand oder immer noch finde und ja genau deswegen einmal stammperia cosmos dann noch mal von stammperia einmal die oriental garden kollektion die ist wie der name schon sagt er auf so asia orientalisch angehaucht und da fand ich auch irgendwie diese ja diese rohtöne lotus blüten mäßig diese schwarzen akzente da drin finde ich einfach so ultra schön und ich schleich ehrlich gesagt schon ziemlich lange an diese kollektion rum und dieses mal habe ich sie einfach mit in den warenkorb genommen und ja genau deswegen musste dann das auch mit und wenn wir jetzt mal ehrlich sind die kollektion ist doch wirklich richtig 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 hübsch und wie gesagt bestemperia finde ich es auch richtig cool dass einfach auch die rückseite und das cover eben jeweils auf der seite bedruckt ist dass man das ebenfalls mit verwenden kann dann hat doodle bark eine halloween kollektion herausgebracht und zwar die candy karneval und da habe ich mir jetzt hier dieses collection kit mir gekauft die papiere seht ihr alle hier ich möchte jetzt wirklich sehr ungern auspacken man sieht sie und erkennt sie eigentlich relativ gut und was noch mit dabei ist ist dieser 12 x 12 inch großes dicker bogen und ja ich konnte einfach nicht daran vorbeigehen ich habe nur doodle bark gesehen und meine augen haben geleuchtet zu der doodle bark kollektion weil ich möchte daraus ein mini album werken habe ich mir noch extra blätter gekauft und zwar habe ich mir zweimal das hier gekauft weil das soll meine coverfront sein ich muss ehrlich sagen wo ich es im shop geschaut habe welche papiere ich gern für meine für mein cover haben möchte war mir schnell klar ich glaube ich nehme die sterne die finde ich richtig zuckersüß aber dann habe ich das im original gesehen und habe mir die rückseite genauer angeschaut und bitte leute das ist doch auch ultra niedlich einfach in einem lila ton und mit einem helleren lila dann die muster rein zu machen mit stern mond wolken und dann einfach diese ultra süße fledermaus die einfach so voll bescheuert da rein grinst jetzt bin ich mir echt überlegen ob ich nicht das liebe als cover seite nehmen oder ob ich es dann wirklich so macht dass ich das einfach kombinieren werde aber das werden wir dann sehen wenn ich dann das mini album werken werde was natürlich auch nicht fehlen durfte waren die kärtchen nochmal extra mir zum kaufen die sind zwar in diesem collection kit mit drin aber ich bin mir einfach manchmal nicht sicher ob mir dann die rückseite doch besser gefällt und meistens zerschneide ich dann trotzdem zu den kärtchen und bin dann trotzdem sehr unglücklich dass ich einfach die rückseite nicht mehr verwenden konnte und deswegen habe ich sie mir einfach noch mal separat gekauft weil hier hinten sieht man schon ich finde das eigentlich auch mega cool diese ja das sollen eigentlich so feuerwerkskörper explosion im himmel darstellen mit so stern und ja also da kann man sich wirklich sehr sehr schwer entscheiden und zum glück habe ich mich dafür entschieden dann einfach das doppelt zum kaufen und es gibt noch eine kleinere kartenvariante nenne ich es jetzt einfach mal mit noch mehr motiven das habe ich auch noch mit hinzugenommen da weiß ich jetzt schon ich werde die rückseite wahrscheinlich nicht so verwenden wenn sie hier jedoch auch mit drin ist was ich mir jetzt nicht zu 1000 prozent sicher bin werde ich vielleicht einmal die rückseite schon verwenden und einmal die kärtchen passend zu der kollektion habe ich mir auch den 12x6 sticker bogen mir mit bestellt und zwar sieht der ganze so aus ich finde ja wirklich richtig cool hier diesen zombie der auf diese stelzen was manchmal so auf jahrmärkten auch immer gibt läuft und das finde ich wirklich richtig süß und seht mal hier ist ich muss mal gucken dass meine kamera scharf stellt hier ist sogar diese fledemaus die eigentlich so ultra dämlich reinlacht was einfach auf diesem motivpapier hier auch drauf ist und wie gesagt ich finde das so niedlich und so cool und ja genau sticker braucht man immer und deswegen habe ich die noch mitgenommen woran ich bei doodlebark bei coolen kollektionen auch nie vorbeikomme ist oder sind eben die odds and ends oder die sogenannten die cuts hier hinten sieht man eigentlich dann schon ganz gut die ganzen motive was da drauf ist oder drin ist und hier hat man auch wieder zweimal die zombies auf den stelzen und was ich auch richtig zuckersüß finde ist dieser zurück oder der zug mit den ganz vielen anhänger hier wo dann eben irgendwelche motive drin sind sind auch richtig cool und was ich auch richtig cool finde ist dass da wirklich sehr sehr viele kürbisse mit drin sind mit diesen gesichtern also war ich sehr verwundert war in der vorherigen kollektion oder halloween kollektion von doodlebark waren nicht sehr viele kürbisse mit dabei was ich echt sehr schade fand und da war ich wirklich sehr sehr positiv darüber überrascht ebenso von der kollektion habe ich mir zwei doodle pop sticker mitgenommen und zwar einmal hier dracula in person und auch wieder mit dabei die kleine fledermaus und wie gesagt ich finde ja die kürbisse so cool deswegen habe ich mir auch den doodle pop in dem kürbis noch einmal mitgenommen und ja das sind dann die zwei doodle pop sticker die ich zu der kollektion mitgekauft habe dann habe ich mir eine stanze bestellt und die stanze ist eigentlich nur bestellen worden weil ich habe erst letztens von meinem letzten haul wo ich hochgeladen habe eine karte aus den dingen draus gewerkelt und mir hat da irgendetwas gefehlt und es war eine sehr winterliche nicht nur sehr winterliches ist eine winterliche karte ich hole sie mal ganz kurz ins bild und zwar diese karte hier und ihr seht schon also mir persönlich fehlt einfach hier oben etwas ich habe auch dieses merry christmas mir mal hier oben hingelegt ob ich es hier oben hin kleben soll aber das ist so ultra bescheuert wie das da oben aussieht deswegen habe ich dann hier unten hingeklebt aber mir fehlt einfach hier oben irgendetwas und ich habe dann die karten auch in fabi gezeigt und fabi sagt auch nadine war das wäre das nicht besser gewesen das merry christmas hier oben hin zu kleben das sieht hier oben so leer aus dann habe ich auch zu ihm gesagt glaub mir das sieht so bescheuert aus und dann sind wir gemeinsam drauf gekommen was überhaupt da oben fehlt und zwar habe ich diesbezüglich dann eine schneeflocken stanze mir gestellt tatsächlich ich habe in meinem sammelsorium hier hinten an meinen ganzen stanzen keine einzige schneeflocken stanze und jetzt habe ich doch eine ich habe falls jetzt dass irgendjemand auffällt wenn ich es jetzt nicht erwähnen würde es ist eine große stanze aber es sind einzelne schneeflocken drin ich habe wirklich darauf geachtet dass ich eine ganz große stanze im prinzip habe wo ich mehrere kleinere ausstanzen kann weil mein stanzen magnet bord dahinten ja wirklich schon sowas von überquillt und ich kann es nicht mehr leisten irgendwie so ganz kleine sachen noch hin zu machen und außerdem habe ich wirklich angst dass die mir dann irgendwann mal abfallen und dann irgendwo in eine ritze hinein fliegen deswegen habe ich jetzt hier diese große und dann werde ich dann nachher gleich mal welche aus kurbeln und meine karte fertig gestalten dann habe ich mir noch zwei stempel selbst gekauft und zwar einmal von loren von diese katze hier als das release von loren von raus kam war diese katze relativ schnell ausverkauft und sie gab es dann auch mal wieder dann habe ich mir gedacht okay ich habe es glaube ich einfach ab oder ich bestelle woanders ich habe es dann auch mal wieder ausverkauft wo ich endlich so ein kleines päckchen zusammen gehabt hätte und dann habe ich mir gedacht okay ich habe es glaube ich einfach ab oder ich bestelle es woanders und bei den anderen online shops war es auch ausverkauft und irgendwann wo ich dann dieses ganze sammelsorium in meinem wagenkorb hatte und ich hatte die ja noch auf meine merkliste ich habe sie ja nicht runter geschmissen weil wir gedacht okay jetzt kurz einfach mal was du noch von einer merkliste hinzufügen wirst und zack war die lieferbar und ich habe nicht lange gefackelt und habe sie einfach auf mein oder in meine bestellung hineingetan und ich bin sehr happy dass ich jetzt die katze hier mit dieser wasser gekugelt dann eben habe und ja wie gesagt ist nichts neues kennen einige von euch schon und ich liebe sie dann kommen wir zum allerletzten teil schon und das ist wieder ein stempel set und zwar von mama elephant die haben ja auch ein neues release rausgebracht und ich muss ehrlich gestehen ich fand eigentlich so gut wie alle stempel set ähm oder set wo es rausgebracht wurde schön nur eins hat sehr herausgestochen und ich war sehr sehr verliebt darin und ich bei mama elephant muss ich ehrlich sagen überlege ich vier oder fünf mal ob ich es wirklich haben will und ob ich es wirklich brauche aber bei dem habe ich nur einmal überlegt und gleich zugeschlagen und zwar ich rede von diesem stempel set hier ich finde es so süß so zuckersüß und vor allem ich weiß nicht wieso aber mir geht es so ans herz wenn ich die hasen sehe fabians favoriten sind ja eher die hier aber ich finde die auch alle niedlich wirklich alle super niedlich aber wenn ich wirklich einen favoriten benennen müsste wären es für mich die hasen ich finde die so zuckersüß und deswegen habe ich sie dann auch mitgenommen und ich denke ich werde sehr sehr viele weihnachtskarten auch mit diesen mit diesem stempel set hier machen und ja meine lieben wir sind fertig mehr habe ich bei kreativbund nicht bestellt ist aber auch schon wieder genug war schon wieder sehr viel geld aber es musste sein und ja meine lieben wie gesagt wir sind am ende vom video ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen und vor allem sehr kreativ vollen tag und wir sehen uns dann einfach beim nächsten video wieder und bis dahin tschüss kreativolis kreativ commander k�� IV kreativzäh kreativ kreativ